So, das ist einer unserer Restaurants, so kann ich ein bisschen lauter reden. Das ist unser Lido Café, wie man schon sieht, man kann drinnen und draußen sitzen, klar, wenn man mit Gästen wechselt, das ist natürlich auch die Cheaphoids außen schön zu schrumpfen, sauber zu machen, weil das kann man natürlich nicht machen, wenn die Gäste an Bord sind. Hier kann man schon Frühstück werden, Mittagessen, Abendessen, das findet man auch so besondere Abende statt, das zum Beispiel mal heißt Barbecue, wo schon draußen geknüpft wird. Hier können wir Gäste jederzeit ohne Resonierung kommen, außer wenn wir so einen speziellen Abend haben, die sagen, okay, rapid mit Anmeldung, aber das steht dann auch jeweils im jeweiligen Tagesprogramm. Wird von den Gästen gerade natürlich in Regionen, wenn so tolles Wetter ist, wunderbar genutzt und hier sind auch für die Gäste, die sagen, wir möchten ein bisschen die Scherrahmen haben. Also wenn zum Beispiel Gast sagt, Mensch, ich weigere mich im Smoking und beim Gala, das will ich nicht und das leckere Essen, weil es ist gut.